Hallo, willkommen zu Ahmet Küche heute machen wir Aubergine Kebab wir fangen jetzt mit Zutaten an 300g Rispentomaten 1 Zwiebel 100g Spitzenpaprika 3 Aubergine 600g Rinderhackfleisch 600g 600g, alles klar Petersilie Handvoll, schon gehackt 1 Zwiebel auch fein gehackt 2 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Pfeffer 1 Teelöffel Knoblauchpulver 1 Teelöffel süße Paprika 1 Teelöffel Cayennepfeffer wir fangen gleich an und Oliven natürlich kommt da rein, nicht vergessen ich mache das kurz weg jetzt kommt alles hier rein sieht man, ist ok? kann ich gut das auch rein alles und Esslöffel Olivenöl da rein sag stopp mal ich seh durch ne Kamera achso, ok, dann langs dann ist da viel nachher gut, jetzt muss ich das mit Hand bearbeiten natürlich das kann ein paar Minuten dauern bis ich fertig bin das kann 4-5 Minuten dauern bis gleich das Hackfleisch habe ich schon bearbeitet jetzt tue ich das auf die Seite kommt hier hin wir können gleich anfangen Aubergine vorzubereiten nehmen wir den still weg zack hehehe sind wir böse vielleicht so wie viel ist das? 4cm ungefähr müssen wir sie schneiden 4 oder 5 spielt ja keine Rolle jetzt so ich lasse es so ist besser da kann ich dann besser bearbeiten guck mal wie weiß ist fertig fertig jetzt kommt das Backblech auch mal Olivenöl rein etwas so ein Löffel gut gut jetzt mal schön verteilen ein bisschen mit dem Hackfleisch mit dem Hackfleisch füllen nehmen wir eine Handvoll ja ungefähr so so eine Aubergine und ein Hackfleisch Bällchen nicht vergessen ein bisschen mit der Hand bearbeiten so wie ich drücken und dann nochmal jetzt legen wir sie in das Backblech rein so ich mache jetzt so weiter bis alle Aubergine fertig sind bis gleich jetzt gehts weiter die Backblech war so groß ich habe jetzt ein 28er Packblech genommen ihr könnt auch natürlich andere Blech nehmen wie ihr habt je nach Größe je nach Größe halt so jetzt fangen wir Tomaten und Paprikazwiebeln tun wir einfach rein ich teile diese Tomaten 2 tue ich es einfach rein ich kann jetzt 2 das gleiche machen und schneller zurück dann teile ich halt 4 oder 6 ja egal Paprika hm die Spitze weg machen erst mal fertig das ist lang mache ich 3 habe ich gemacht fertig so jetzt noch Olivenöl überall hier auch drauf schön gut so jetzt kommt der Backofener rein mittlere Schiene 200 Grad sogar 30 Minuten also stimmt alles ok Ober und Unterhitze genau ja Ober und Unterhitze ok ok ich stehe meine Uhr moment 30 Minuten so bis gleich wir haben 30 Minuten erreicht jetzt mache ich kurz Soße ich habe jetzt warmes Wasser 200ml 30 Liter 1 Esslöffel Tomatenmarker rein 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Thymian ja so jetzt schön umrühren äh Butter fehlt ich muss Butter vergessen haha ohne geht nein es schmeckt halt nicht gut ich soll jetzt schmecken ne Butter ist saubermitte ok ein paar Löffel wie will ich das jetzt naja gut sag mal 1 Löffel Butter man sieht ja ja 20 Gramm wer Diät macht nimmt die Hälfte ja genau oder gar nichts gar nichts ist gut so gar nichts ist nichts gut haha jetzt muss ich warten bis es schmelzt aber das Wasser ist ja heiß aber so lange kann ich das Ding rausholen ja so meine Seite ist jetzt rum jetzt hole ich sie raus erstmal pass auf die Hitze uah ok naja ich brauche ja die Handschuhe nochmal so und die Soße jetzt überall verteilen ok jetzt kommen nochmal ein paar Ofen rein ok jetzt nochmal 20 Minuten dann können wir sie servieren bis gleich die 20 Minuten ist jetzt rum jetzt hole ich sie raus so sieht das ist erstmal heiß das muss weg wow das ist Hase ich kriege auch die Welle ab hier haha der ist gut ok 5 Minuten abkühlen lassen dann kann man sie servieren ich empfehle dann Reis ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit Aubergini Kebab bis nächstes mal Ahmet tschüss bitte nicht vergessen Facebook und Instagram zu gucken sie die 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 sind du ihr und das ist du das ist das ist ist es du 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 Vielen Dank.